Und hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben Und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben Und willkommen zu Dead What Das, was ihr heute sehen werdet, ist der Prototyp Und ich muss ihn euch unbedingt einmal zeigen Weil die Bilder schon sehr schön aussahen Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an So, on, start the game Loading Und da sind wir auch schon, very schön Hallo, mein Name ist Holzkopf Er ist auch aus Holz hier Wie ihr es oben dem Bild entnehmen könnt Wir haben eine Pistole dabei Ich weiß noch nicht, wie das Spiel funktioniert Mir wurde nichts erklärt an der Steuerung Das heißt, wir werden gleich mal drauf gehen Ich glaube Was? Ach so Ja, schön Gut, ist schon alles erklärt Ach, da ist das Dead What Ich habe mich schon gewundert Ich bin aus Holz vor allen Dingen Ach, Kraften kann man hier auch Oder kaputt machen, kaputt Kraften Und Ja, das muss ich ja nachher Meine Güter Haut doch mal, aller Bär Oh Das ist ja kaum nicht cool Oh Und cool, und cool Geht alle weg jetzt Den Schuss habe ich denn noch eigentlich Nicht so viele, wie sein sollte Ja, ja, ja Ist ja okay Oh, baum, baum, baum Ich sehe nichts 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 Die wollen mir den Holzkopf einschlagen Ich glaube das ja nicht So, das heißt Wir gehen erstmal hier ein bisschen gucken Bleiben hier fern Okay, wie es aussieht Haben wir das erstmal geschafft Generell würde ich es nicht mit der Tastatur spielen Sondern vielleicht doch mit dem Controller Weil man kann das ganze Geld mit dem Xbox-Controller spielen Wie ich das gelesen habe Oh, es ist morgen Schön Ey, es ist morgen Also Gut So, was haben wir denn da schönes drin Oh, Holz Ey, es ist morgen Also die Zombies verstehen das wohl nicht Der Unterschied zu Nacht und Tag Ist wohl nicht so bekannt Ich frage mich hier, wie man was bauen kann Ach Ah, guck mal Hier Da kann man ja was mitmachen Ich finde so von der Optik her Ist die Einfach geil aus Was war das gerade? Ach, hier Die komische Frage ist Warum bin ich aus Holz Und warum wird es schon wieder dunkel? Die Frage ist Wo leben wir denn hier? Wow Da kann man aber wenig machen Denn am Tage Hm Ja Willkommen in Deadwood Wir sind nur Wir sind nur ein einsames Verlassenes Stück Holz Was seine Ruhe finden möchte Boah Ah, ich bleib hier zwischen dir stecken, ne? Oh, geht auch mal Alle aus dem Weg Manke Geht Alle Weg Boah Ihr könnt euch vielleicht mal alle in der Reihe aufstellen Würde ich vorschlagen, ne? Baum Ah, fuck Ja, ich muss hier einfach mal durch Danke Ah Der Nächste Oh, meine Güte So, jetzt haben wir aber schon mal wieder Leben eingesammelt Das fraglich ist jetzt aber noch Was mache ich denn mit dem Holz und so weiter Hey, na? Haben sie dich vergessen? Nö, die haben wir doch nicht vergessen Die sind auch noch hier Oh Von hinten auch noch viele Die Frage ist nur Warum ist die Nacht länger als der Tag? Jungs, es wird schon wieder Tag Ihr solltet vielleicht verschwinden oder so Das heißt Wenn der Wenn die Nacht vorbei ist Dann hat man immer noch die Zombies hinter ein Und eigentlich geht dann weiter würde ich sagen Generell, wie ich das sehe Hier in dem Prototyp haben wir auch nur eine Map, leider Ah, ja Ach, da kann man hier wechseln, sehe ich gerade Ach Da kann man bauen Guck mich wieder auf Waffe jetzt Ich kann ja, ich bin ein paar Stück Brettern kaputt on Guck mal Hier, kommt dann hier rein So Ja Kannst du mal sehen So wird gemacht hier Das kann ich ja mal mitnehmen hier Halt aber ganz schön Was aussehe ich gerade Vielleicht baue ich das einfach mal hier hin So Dann kommt hier, glaube ich, generell schon mal keiner durch So, würde ich sagen So, jetzt müssen wir erstmal mal gucken hier Ich habe mir jetzt erstmal eine Barrikade gebaut Da kann ich noch was lernen Dann kann ich noch was lernen Mein gutes Holz Bleib doch mal ein Stück weiter weg hier Hallo Das ist aber uncool jetzt hier Oh Gott, ist mir so Ich muss bauen, ich muss bauen, ich muss bauen, ich muss bauen Hier, Gold Guckt mal Hier, Gold Oh Ist auch ganz gut Hier, heute So Das haben wir auch schon mal gemacht Das einzige, was da rauskommt, sind generell Wallnüsse Hier, da könnt ihr auch noch was mitmachen, wenn ihr wollt Der Plan geht hundertprozentig auf Aber hundertpro Ja, super So Los, macht mir den Moonwalk da hinten Bitte Uppsala Was passiert, wenn man die Zombies mal aufdeckt Von denen habe ich nicht mehr so viel Das heißt, man könnte sich hier jetzt raus aus den ganzen Minion und hast du nicht gesehen Ähm Ja, hat man nicht gesehen Hast du nicht gesehen Hast du nicht gesehen Ja Könnte man sich ein schönes fortbauen eigentlich Und dann ist es halt ja auch wirklich gut Ähm Könnte man generell die Nacht über schön überleben Ich guck mal da Gold 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 Ha Ah Ja Jetzt ist es schon wieder dunkel In generell könnte man das jetzt unendlich lange weitermachen Ja Oh Jetzt haben wir nur noch Fäuste hier Kommt her So, mal gucken, ob wir noch die Nacht überleben Scheint nicht Ja, wir haben es leider nicht überlebt Ah Schade Also, aber somit konnte ich euch wenigstens erstmal einen kleinen Einblick verschaffen Vom Prototyp von Deadward Ja, das heißt generell Wenn euch das ganz gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben auf dieses Video Und ich sag von hier aus Tschüssi Korski Und bis denn Bis zur nächsten Folge von Gaming with Ben Und ja Oben Abonnier-Button Oben rechts Oben rauf Dashen Clashen Dashen Dashen Smashen Und ja Bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben Und natürlich bis dahin immer schön weiterzocken Also reinhauen Bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben Tschüssi Korski Tschüssi Korski